Doch der Bundeskanzler bleibt heute äußerst vage, als er gefragt wird, ob er womöglich Anlass zur Selbstkritik sehe. Danach ist er aber zum Zeit-in-Bild-Interview mit Hans Bürger gekommen und er begründet die Schärfe dieses Lockdowns so. Offensichtlich hat hier der Ton versagt, meine Damen und Herren, pardon, wir werden das versuchen gleich nachzuholen. Hans Bürger hat ihn getroffen und das Interview beginnt mit der Antwort auf die Frage, warum dieser Lockdown so scharf ist. Okay. Da steht noch einmal eine Entschuldigung an. Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, ja genau, das ist natürlich, wir versuchen das nachzuholen gleich. Aller guten Dinge sind drei, wie gesagt, noch einmal zur Erinnerung, die erste Antwort ist auf die Frage, warum dieser Lockdown so scharf ist. Meine Damen und Herren, wir können es jetzt leider auch nicht erklären, wir können uns nur bei Ihnen entschuldigen. Sie sehen, ganz offensichtlich ist die Tonleitung kaputt, es wurde jetzt alles getan, um das zu reparieren, leider nicht funktioniert. Das müssen wir wohl nachliefern. Das müssen wir jetzt machen.